Mal sehen, wie du mit den Hekatonsche Ehren fertig wirst! Okay, ich nehm alles zurück, was esslich ist, weil das... Mist. 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 Das war's für heute. Nicht mit mir! Du hässlich ist etwas. 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 Was ist das? Das wollte nicht so ganz hinhauen Nein Was ist das? 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 Was anymore? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, da! Und jetzt ist die beste Lösung, die so schnell wie möglich los wäre, indem man sie einfach durch die Gegend schmeißt. Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Das wachwunschte! Weg mit dir! Warte mal weg! Mal gucken was hier ist! Ich hab's mir doch gedacht! Sooo! Genau! So schön still auf einmal! He he he! So! Ich kriege mir das Ding in Kange! Meep! Oh scheiße! Aber nichts was ein! Gratis nicht Lösung! Grrrr! Grrrr! Ja! Ja! Ich kann nicht tun! Ja! 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 Es kommt eben nicht auf die Größe an.